Liebe Schwestern und Brüder, Worte können sehr unterschiedliche Wirkungen haben. Es gibt Worte, die sind belanglos und es gibt Worte, die bewirken etwas. Es gibt Worte, die enthalten nur eine belanglose Information und es gibt Worte, die führen zu einer tiefen Veränderung. Wenn Sie zum Beispiel abends vor dem Fernseher sitzen und sich ein wenig entspannen wollen und schauen einen Film und hören, wie eine Person zu der anderen sagt, ich liebe dich, dann ist das eine Information für den Film wichtig, für sie persönlich unbedeutend. Wenn aber der Mensch, nachdem sie sich sehnen und den sie lieben, wenn der ihnen die gleichen Worte sagt, direkt neben ihnen in ihr Ohr, ich liebe dich, dann geschieht etwas im Herzen, dann entsteht Beziehung. Wenn Gott zu uns Menschen spricht, dann will er uns keine folgenlosen Informationen geben, sondern mit uns in Beziehung treten, unsere Beziehung zu ihm vertiefen. Sein Wort bewirkt immer etwas, sogar dann, wenn er nicht persönlich anwesend ist. Und davon erzählt heute das Evangelium. Ein Hauptmann, einer, der nicht den jüdischen Glauben teilt, traut dem Wort Jesu zu, dass es Wirkungen hat, dass es verändern und heilen kann. Denn als Hauptmann kennt er die Wirkung eines Befehls. Seine Worte bleiben nicht folgenlos, sondern verändern die Lage. Der Hauptmann ist zwar kein Jude, er kennt die jüdische Theologie nicht. Er weiß nicht, dass die Juden sicher sind, das Wort Gottes ist ein Ereignis. Aber er erkennt Jesus als Autorität über Leben und Tod an. Und wenn Jesus mit dieser Autorität befiehlt, dann muss geschehen, was er sagt. Dann muss die Krankheit seines geliebten Dieners weichen und er muss gesund werden. Ein Wort, ein Befehl Jesu reicht. Und so bittet der Hauptmann, sprich nur ein Wort. Du musst nicht direkt bei mir sein. Ein Wort genügt. Dieses Zutrauen nennt Jesus großen Glauben. Für mich ist das Evangelium heute eine wirkliche Ermutigung. Denn wir leben ja nicht mehr in dieser Zeit, in der Jesus direkt neben uns stand. Wir können ihm nicht mehr so begegnen wie die Menschen damals. Aber wir haben sein Wort aufbewahrt, aufbewahrt im Evangelium. Und auch heute hat sein Wort noch verändernde und heilende Kraft. Auch heute noch spricht Jesus zu uns. Und auch für uns kann darum das geschehen, was damals in Kafarnaum geschah. Dass wir mit unseren Sorgen zu Jesus kommen und ihm sagen, sprich mit mir. Sag mir ein Wort, das mich trägt und ermutigt. Und auf einmal verändert sich unser Leben. Das auszuprobieren und das zu erleben und dafür dankbar zu sein, das ist eine der Möglichkeiten, wie wir heute unseren Tag verbringen.